Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Das hier ist das letzte Video dieser Art und bei mir ist ein Paket angekommen. Ihr ahnt es schon, ich mache es mit euch zusammen auf und ich freue mich, aber irgendwie ist es auch schade, weil es ist das letzte Mal. Also, was ist drin? Ihr ahnt es, tadaa, das Mathematikbuch, Lernheft Nummer 4 für die vierte Klasse, das zehnte in meiner Reihe und jetzt schauen wir einfach zusammen mal rein. So, auf geht's, jetzt liegt es auf meinem Schreibtisch. Also, vierte Klasse, Lernheft, Mathematik. Klappen wir es auf und uns interessiert natürlich das Inhaltsverzeichnis, denn es geht ja darum, taugt das Ding was oder taugt es nicht. So, und was machen wir? Erstens, wir festigen den Tausenderraum. Addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren. Völlig klar. Danach geht es in die Millionen und zwar so, wie sich das gehört. Millionenfeld, Teiler, Stellenwerttafel, Millionenreihe und vor allen Dingen große Zahlen auch lernen und benennen. Danach wird gerechnet, Plus- und Minusaufgaben wieder verdoppeln, halbieren, dann halbschriftliche Verfahren, schriftliche Verfahren und dann wechseln wir. Und dann seht ihr hier noch Zeichnen mit dem Geodreieck, mit dem Zirkel, das ist ja auch ganz wichtig. Dann noch mal das Thema Symmetrie, dann machen wir einen Ausblick, das muss nicht in der Grundschule stattfinden, nämlich das Thema Brüche. Dann schauen wir uns noch die Flächeninhalte an und wir rechnen noch mit Gewichten und Raumen halten. Ganz zum Schluss, das ist auch eher ein Ausblick, schauen wir uns noch Daten und Häufigkeit an. So, und wie ist das Ganze aufgebaut? Das kennt ihr schon, jedenfalls, wenn ihr meine Hefte kennt. Hier gibt es nämlich immer, ich schiebe es ein bisschen rüber, Aufgaben mit Erklärung. Danach wird geübt und wer nicht weiter weiß, der kann sich das Ganze immer noch mal gucken und dann wird weitergerechnet. Und natürlich gibt es dann auch die Lösung dazu, denn die Grundidee dieses Heftes ist, dass du dich damit selber beschäftigen kannst. Und ihr seht, es sind wirklich richtig viele Aufgaben, immer wieder mit Videos zur Hilfe. So, dann gibt es hier noch einen Rechentouren oder Blätter mal weiter. Hier geht es ins Millionenfeld, hier dann die Stellentafel oder hier geht es dann los mit Rechnen mit der Million und immer weiter, immer weiter. Halbschriftlich dividieren nochmal, hier nochmal das Schriftliche dividieren und so weiter. So, hier geht es dann ins Zeichnen mit dem Geodreieck. Was ist eine Hilfslinie, was ist eine gerade Linie? Hier geht es mit dem Zirkel weiter und ihr seht, es gibt immer was zu tun. Dann hier nochmal so Grundlagen vom Spiegeln, Punktsymmetrie und alles, was dazu gehört. Hier die Einführung ins Bruchrechnen, natürlich mit der klassischen Pizza, wie sich das gehört. Hier hinten werden noch Flächenberechnungen gemacht. Hier geht es sogar los mit zusammengesetzten Flächen. Also es ist, hier ist dann noch Kilogramm, Gramm und so weiter und ganz zum Schluss noch Flächeninhalt. Ihr seht, es sind wieder knapp 100 Seiten, also ein bisschen mehr als 100 und so sieht das Ganze aus. So, ihr habt jetzt einmal mit mir zusammen ins Heft reingeschaut und warum machen wir das? A, bin ich natürlich immer ein bisschen stolz drauf, auch wenn es jetzt erstmal das Letzte ist. Aber mir ist wichtig, dass ihr euch vorher genau überlegen könnt, ob das was für euch ist oder nicht. Und fragt euch ruhig andere, die das Heft schon haben und fragt ganz einfach, hey, ist das was? Taugt das was? Und dann wisst ihr ganz genau Bescheid. So, das soll es gewesen sein. Ich freue mich und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Okay, das war's.